Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, ihr wisst es, ich bin kein Anlage- oder Finanzberater und ich habe natürlich auch keine Glaskugel vor mir stehen. Ja, was ist so die letzten Tage bei AMC passiert? Ihr seht es hier bei mir, die letzten Tage kam von mir kein Video, einfach aus dem Grund wenig Zeit und in meinen Augen aktuelle Lage bei AMC so, ja, halten und warten. Mehr kann man aktuell, glaube ich, nicht machen, aber es gibt tatsächlich zum Wochenende hin die ein oder andere gute Nachricht, wo ich auf jeden Fall darüber sprechen möchte und damit fange ich einmal direkt an. Aber vorab einmal wieder der Hinweis auf mein AppCapFX Trading Bot. Nächste Woche kommt ein sehr interessantes Video, denn diejenigen, die schon dabei sind, wissen oder haben schon die Ankündiger erfahren, es gibt nächste Woche einen komplett neuen Bot bzw. einen zusätzlichen Bot, der komplett anders arbeitet wie der jetzige, was nichts Negatives heißen soll. Aber ich denke mal, eine zweite Möglichkeit oder eine zweite Version ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, was macht AMC? Ihr seht es hier, aktuell ein Minus von 0,7%, was ja nicht wirklich viel ist. Wir haben aber hier schon ein Tief heute gehabt bei 13,84. Komischerweise befinden wir uns jetzt aktuell genau bzw. knapp unter dem Max Payne wie jede Woche eigentlich und die Wochenperformance aktuell bei minus 5%. In der Monatsansicht, ja, immer noch gut, plus 10%, nichtsdestotrotz war es eigentlich relativ klar bzw. konnten wir damit rechnen, dass sie natürlich uns hier auch wieder mal versuchen zu drücken. Wie sieht das in Dollar aus? 14,58. Der Max Payne liegt bei 14,50. Das Volumen heute, ja Leute, 15 Millionen. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal diese Zahl gesehen haben. Auf jeden Fall, die Gebühr für Slime ist wieder massiv nach unten gegangen, von zweistellig hier jetzt auf aktuell 7,7%. Was gibt es für Nachrichten? Die erste sehr interessante Nachricht ist, Citadel hat eine Gerichtsverhandlung verloren gegen die SEC, was jetzt natürlich sehr interessant werden kann. Und viele, viele Social Media Kanäle berichten davon und es geht im Prinzip hier darum, um den Hochfrequenzhandel. Das wurde schon öfter angesprochen, das will ich jetzt nicht nochmal im Detail erklären. Ich kann dazu gerne meine älteren Videos angucken, indem ich das eben erklärt habe. Auf jeden Fall ist dies jetzt eingestuft worden als verboten. Das dürfen sie nicht mehr. Es ist nicht fair, wurde damit begründet gegenüber den normalen Investoren. Und das ist eben jetzt, wie hier der Titel schon sagt, ein großer Gewinn für die Investoren. Die Hedgefonds haben dadurch wirklich sehr, 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 sehr viel Geld verdient mit dem Hochfrequenzhandel. Aber das ist jetzt erstmal Geschichte. Und ich finde das wirklich sehr gut, auch wenn ich jetzt gleich zum nächsten Thema komme, hier die SEC die Klage erhoben hat, beziehungsweise die Klage eingereicht hat und hier dann eben dementsprechend auch gewonnen hat. Denn wir wissen, die SEC, ja, ob sie jetzt ihren Job machen oder nicht, in vielen Sachen nein. In diesem Fall muss man ganz ehrlich sagen, haben sie tatsächlich ihren Job zu 100% erfüllt. Ja, und AMC Entertainment gewinnt, aber hinkt dem Markt hinterher, was sie wissen sollten. Von Yahoo Finance, es geht hier im Prinzip darum, dass Analysten entsprechende Zahlen rausgebracht haben. Und zwar am 4. August wird ja die Hauptversammlung sein, beziehungsweise nicht die Hauptversammlung, sondern die Quartalszahlen werden rauskommen. Und hier wird eben ein Gewinn von minus 26 US-Dollar pro Aktie gemeldet. Ungefähr, Analysten sagen es halt so voraus, was ein Wachstum von 63% gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde und dann eben einen oder Einnahmen von 1,12 Milliarden Dollar, was 151% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Für das gesamte Jahr schätzen die Analysten ein Minus von 1,27 pro Aktie bei einem Umsatz von 4,24 Milliarden Dollar. Ja, ich bin mal gespannt, ob das so allmählich hinkommen würde. Auf jeden Fall kann man sagen, dass auch AMC versucht, natürlich Schulden abzubezahlen. Und das ist natürlich erstmal sehr, sehr gut. Das müssen auch solche Unternehmen machen. Klar, sie haben immer Schulden, aber Anleger wollen natürlich sehen, dass solche Unternehmen natürlich auch immer weiter profitabler werden. Ja, und dann gibt es ja eine Rezession, die es nicht gibt. So will ich es einfach mal formulieren. Und zwar Eric Adams widerlegt Biden, indem er eben sagt, dass es eine Rezession gibt und die Wall Street zusammenbrechen wird. Was macht Joe Biden? Er sagt eigentlich gar nichts. Man kann eigentlich nur reininterpretieren, dass er sagt, es gibt keine Rezession. Aber das Gefährliche hier an dieser Geschichte ist es eben, dass die Wall Street, die Börse zusammenbricht und es eben einen kompletten Finanzkollaps geben wird. Hört sich jetzt blöd an. In meinen Augen wird das, wenn es soweit kommt, schadet das natürlich der ganzen Welt. Denn wir sehen es ja auch schon in Deutschland, Inflation und so weiter. Da brauche ich auch nicht weiter drauf eingehen. Aber es ist eben aktuell auf der Welt wirklich so extrem, dass es in meinen Augen nur noch eine Frage der Zeit ist, bis eben ein Kollaps entsteht. Der Leitzins wurde angehoben. Auch in meinen Augen hätte man das schon bereits vor ein, zwei Jahren machen können. Aber ja, ich bin kein Politiker. Vielleicht auch besser so. Aber auf jeden Fall hier in meinen Augen, man ist bereits in einer Rezession. Und dass die Börse zusammenbricht, ist in meinen Augen einfach nur noch eine Frage der Zeit. Warum spreche ich das an in Bezug auf AMC? Einfach aus dem Grund, es stecken hier viele Hedgefonds dahinter. Wenn eben eine Börse zusammenbricht, sage ich jetzt mal, dann wird auch gewisse Hedgefonds zusammenbrechen. Die werden viel Geld verlieren, denn sie haben auch schon letztes Jahr und dieses Jahr sehr viel Geld verloren. Und es gibt aktuell tatsächlich nur wenige Hedgefonds, die überhaupt profitabel sind. Und eine weitere Nachricht ist, ja, es kam heute sehr viel über Gary Gensler raus. Gary Gensler soll 100 Millionen Dollar an Vermögen von einer Firma verwalten lassen, die es eigentlich gar nicht gibt. Und die es jetzt plötzlich gibt, angeblich soll Gary Gensler short bei AMC sein, lässt dieses Kapital natürlich von einem Hedgefonds verwalten. Hier will ich jetzt aktuell nicht weiter darauf eingehen. Einfach aus dem Grund, weil ein sehr netter, anderer deutscher YouTuber hier wirklich ein ausführliches Video gemacht hat. Also guckt es gerne an. Ist sechs, sieben Stunden her. Und ich finde, es ist Schwachsinn, hier alles doppelt und dreifach zu erzählen. Ja, hier geht es nämlich darum, ich will es nur ganz kurz anschneiden. Hier könnt ihr es selber auch mal nachlesen bei Genslers Facts. Einfach hier diese ganzen Sachen durchlesen und dann könnt ihr es im Prinzip auch direkt nachvollziehen. Ja, und hier ist dieses Beispiel oder diese Sache, die ich gerade angesprochen habe. Hedgefonds verlieren unheimlich viel Geld. Hier geht es eigentlich jetzt hauptsächlich um GameStop. GameStop auch sehr, 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 sehr viele Hedgefonds Geld verloren. Und AMC und GameStop ist ja wirklich nur ein Teil von vielen. Sie sind vielleicht die Größten, gar keine Frage, aber sie sind ja nur ein Teil. Und hier auch eine schöne Grafik, die unprofitabelsten Shorts an der Börse. Ihr seht es hier, Tesla, Apple, Amazon, GameStop, AMC. Taucht hier leider nicht auf, aber auf jeden Fall ist hier eben wirklich die Sache, dass es sich für einige Hedgefonds überhaupt nicht gelohnt hat. Ja, und dann auch ein weiterer Ex-Citadel-Portfolio-Manager verlässt einen Hedgefonds. Einen ziemlich großen Hedgefonds, hat knapp 53 Milliarden, glaube ich, verwaltet, um den Dreh 53 Milliarden, glaube ich, 56 Milliarden verwaltet und dieser verlässt diesen jetzt. Ja, was bedeutet das? Einerseits könnte man sagen, oh, vielleicht verlassen einige jetzt lieber das Schiff, als wenn es zu spät ist. Wird sehr viel reininterpretiert, was natürlich hier der logische Schritt dazu ist, weil man eben es nicht zu 100% weiß, auch wenn es hier vielleicht beschrieben ist. Aber nichtsdestotrotz ist es eben so, dass dieser Hedgefonds tatsächlich bis jetzt 6% Jahresgewinn gemacht hat, was für einen Hedgefonds in der aktuellen Situation wirklich sehr, sehr gut ist. Aber es ist hier wirklich einer der wenigen Hedgefonds, die bis jetzt so spät im Jahr Gewinne verbuchen konnten. Also es ist wirklich aktuell, das muss man ganz ehrlich sagen, eine schwierige Zeit an der Börse. Es gibt viele Gewinner, gar keine Frage, aber es gibt halt auch massive, große Finanzinstitute, die Geld verlieren, Hedgefonds, die Geld verlieren. Es gibt ein paar Hedgefonds, denen gönne ich das auf jeden Fall, dass sie verlieren. Natürlich gibt es auch andere, die haben damit überhaupt nichts zu tun und verlieren trotzdem. Also es ist, was ich damit sagen möchte, ihr braucht nur Zeitung lesen, Social Media, es ist verrückt, was auf dieser Welt aktuell passiert. Und ich hoffe auf Besserung, auch für uns ganz normalen Menschen, dass alles wieder ein bisschen irgendwie günstiger wird oder wir einfach 20% mehr Gehalt bekommen. Hätte ich auch nichts dagegen. Aber auf jeden Fall, es ist und wird in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten für uns normalos, glaube ich, eine sehr schwierige Situation im Alltag, aber eben auch für gewisse Finanzinstitute im Alltag. Und ja, wenn diese verlieren, dort wo es Verlierer gibt, gibt es auf der anderen Seite auch immer Gewinner. Und das ist so eben an der Börse. Deswegen hoffe ich einfach weiterhin, und das ist meine persönliche Meinung, dass eben auf der einen Seite große Finanzinstitute verlieren, weil sie eben gegen etwas Falsches gewettet haben und auf der anderen Seite ihr Apes eben gewinnen. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Video wieder.